Hallo liebe X-Bus Community, mein Name ist Ralf Haller, ich bin Gründer und CEO der Electric Brands Gruppe und Vater des X-Buses. Ihr erlebt uns heute in einem neuen Format, wir nennen es Electric Brands Interviews. Werde nicht nur immer ich sein, der hier Stellung bezieht und euch Antworten liefert, werden auch die Kollegen aus unserem Team sein. Ihr hattet viele Fragen an uns, viele Ideen und los geht's mit den Antworten. Nachdem nun bekannt wurde, dass wir nicht mehr in Itzehoe sind, stellt sich die Frage, wo sind wir nun? Nun, wir sind hier in unserem neuen Hauptquartier in Eppertshausen in Hessen, unweit von Frankfurt am Main und hier kommt das Produktdesign her, hier entstehen Produkte von ihrer Usability her und hier ist auch die gesamte Kunden- und Händlernetzwerk-Betreuung etabliert, aber natürlich produzieren wir hier nicht. Wir haben uns entschlossen, nicht selbst zu produzieren. Warum nicht? Relativ simpel erläutert, wir bräuchten noch mindestens zwei Jahre nur für den Aufbau einer eigenen Produktion. Da wir sowieso schon, wie ihr wisst, verzögert sind mit unserem ursprünglich gewünschten Markteintritt, war das keine Alternative mehr für uns. Wir mussten uns für einen anderen Weg entscheiden. Diesen Weg haben wir nun gefunden. Wir haben einen namhaften großen Auftragsfertiger gewonnen, der sowohl die Iweta als auch den X-Bus, vor allen Dingen den X-Bus produzieren wird. Mehr dazu erfahrt ihr in den nächsten Interviews. So, dann natürlich die Masterfrage schlechthin, wann kommt der X-Bus? Wir sind in 24. Gerade aufgrund der Entscheidung, nicht selbst zu produzieren, einen erfahrenen und gut vorbereiteten und gut aufgestellten Auftragsproduzenten zu gewinnen, ermöglicht es eben uns, unseren jetzigen Zeitplan absolut einzuhalten. Ihr wollt den X-Bus sehen, vielleicht auch unsere andere Produkte? Kein Problem. In unserem neuen Showroom in Eppertshausen öffnen wir mehrmals im Jahr die Türen für euch. Ihr braucht euch einfach nur anmelden, registrieren, kriegt ein Ticket, natürlich kostenlos und könnt uns hier besuchen. Lernt uns, die Fahrzeuge, das Team und viele Menschen, die am Projekt X-Bus arbeiten, persönlich kennen. Das waren natürlich nicht alle Antworten auf eure Fragen. Ihr hattet viel, viel mehr Fragen und natürlich sollen die auch beantwortet werden. Deswegen werden wir euch in den nächsten Interviews Teammitglieder vorstellen, die genau für diese Fragen die richtigen Ansprechpartner sind und dementsprechend auch die richtigen Antworten für euch haben werden. Ihr habt viele Fragen zu Usability, zu Technik, zu Solar, zu Batterien, zu Reichweiten und so weiter und so fort. Und deswegen werden wir euch künftig mit all diesen Informationen versorgen. Aber ich habe auch eine Frage an euch. Wie gefällt euch das, was wir machen? Wie gefallen euch die Antworten, die wir euch liefern? Vielleicht nicht nur die, die ich liefere, auch die das Team liefert. Schreibt es in die Kommentare. Lasst uns wissen, was euch bewegt und wir werden darauf eingehen. Bis bald. Tschüss, euer X-Bus Team.